Hallöchen und herzliche Willkommen zu einer neuen Aufnahme. Ich wollte schon gerade sagen GTA Online. Nein, Saturdays to Die. Hallöchen. Moin. Wieder mit dem Benni zusammen. Cliffhanger, auf geht's, ab in den Garten. Ich bin total überladen, aber das muss so. Ich bin total begeistert. Nein, hier ist zu. Was für eine Überraschung. Es ist eine Brise, es ist eine Brise. Oh, hier, äh. Ei, boah, schreien sie mich nicht mehr. Können wir den Aufräumtrupp hier machen? Oh, die hatten ein sehr schönes rotes Kleid an. Das ist sehr eng und sehr knapp. Nicht nur Blut überlegt, aber war ja schon rot. Spannende Musik. In einem spannenden Fight. Oh, der hat ihn weggesmashed. Und er trifft nicht. Und er ist tot. Cool. Mein Pfeil. Ja. Hier war doch noch ein Pfeil von mir. Ah, nicht so leise. Ja, ne? Das zeig ich mir auch gedacht. So. Die nächste Aufmerksamkeit wohl. Oh, mein Green Screen. Ja, für draußen, auch interessant. Ja, ist auch okay. Wo bist du? Ach, da bist du. Ach, draußen ist auch noch einer. Au. Au. Ey, nicht mich treffen. Du bringst mich noch um. Ja, du mich auch. Au. 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 Die ist bald weggeschlackert. Weil noch wer? Ach, die drehen hier UFO-Filme. Au. 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 Wenn du irgendwann mal ein Peck findest, äh, nehm ich gern. Ach, du Schande. Hä? Ein UFO. Das ist ein UFO-Museum. Die drehen hier UFO-Filme. Darum sieht die Kamera und das UFO-Ding. Ist geil gemacht, muss ich sagen. Ja, gut, okay. Ja, ja, interessant. Interessant. Doch, doch, doch. Also, es gibt schon komische Dinge. Hier ist mal Ruhe hier draußen. Meine Güte. Boah. Bring ihn doch einfach um. Hier ist... Ach, ne, der war entriegelt. Ich hab wieder verriegelt gelesen anstatt entriegelt. Ist dasselbe, nur halt andersrum. Äh, äh. Ah, ja. Schöne Aussage, Benni. Sehr schöne Aussage. Ja, ne? Nein, ich bin wieder draußen. Nein. Oh, Physik... Physik gibt's hier mittlerweile auch scheinbar wieder ein bisschen. Gab's immer schon. Oh, der draschen Augen. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich hab das im Konzert gesehen. Was zum Fick? Alter. Ich nimm mal ein paar Leute mit, ne? Alter, was war das denn? Ey! Der macht ein Sprit auf mich. Ist das? Ja, bitte lassen Sie das. Ich fühl gar nicht, bin bereit, Gewalt anzuwenden. Ah. Ich könnte mal deine Hilfe brauchen. Ja, ja. Ich auch. Ähm, cool, nicht. Ich hab so ne nette Dame, die sehr ausreitend gekleidet ist und sich angehen will. Boah, hast du ein Wingman oder was? Ja. Ich hab hier zwei Jungs, die sind echt flott unterwegs. Die haben so fantastisch leuchtende Augen. Vielleicht können die helfen. Oh. Sind die die grünen Wähler oder was? Ist gut glücklich. Ah, schön. Politischen Content mit hier reinbringen. Ja, geil. Ah, nein, nein. Zaun, Zaun, Zaun. Ah. Nicht sterben, Benni. Nicht sterben. Oh, ich hab keine Pfeile mehr. Ist ärgerlich. Ich hab übrigens das UFO gefunden. Das ist schön. Ich hab jetzt zwei Typen, die mir meine Pfeile geklaut haben. Ist meiner. Das ist natürlich schon arschig. Oh, ich hab eine. Oh. Oh. Ähm. Raus für Hilfe, Benni. Was holst du denn? Was geht? Ich hab's gleich. Wo bist du denn? Ah. Alles gut, hat sich erledigt. Ja? Äh. Ist beide tot. Ich hab ja sonst nen Meinungsverstärker. Ahem. Hübsch. Ja, ne? Schraubenzieher drin übrigens. Was? War ja offen. Ne, hab ich grad aufgemacht hier. Also hier hab ich zum Tor, hier hab ich grad aufgemacht. Uh. Schick. Ja, doch. Hat sich gelohnt. So. Oh, hier ist ein Forge Ahead gewesen. Forge. Ahat. 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 Gerne. Ah, Kamera, hi. Hier, renn nicht weg. Danke. Fertigung von Vorschlaghämmern. Komm, hier, das Chris auch. Take it. Danke. Wahrnehmungsmod in einer Kopfbedeckung eingearbeitet, verbessert dieses KI-betriebene Kontaktlinsen, Sicht- und Zielauswahl. Wow. Kann ich das Ausdruck für mich beanspruchen? Kannst du das Item einfach haben. Aber ich will es in Treelive haben. Achso, achso. Ist ja gar nichts drin. Ja, gut, okay. Das, äh, ja gut, okay. Ja, gut, das würde ich auch nehmen. Also im Prinzip ein Bionisches auch. Ja. Das mit dem Ufo ist cool. Ja, ne? Oh. Interesting. Sehr, sehr interesting. Ich bin übrigens verstrahlt. Bad. Ach nein. Ich hab' ne leichte Infektion. Bist also der Erste, der wieder drauf geht. Ja, ich bin schon drauf gegangen, Junge. Ja, also... Im Sinne der Infektion drauf gehen. Das kommt noch an, wenn wir Honig finden, nicht. Ähm... Ich hab' schon zwei Bier gefunden. Da wird der Honig wohl irgendwie drin sein. Hahahaha. Obwohl, Bier mit Honig ist auch geil. Naja. Ich brauch' mal was zu essen. Ich hab'... Der Honig, sag' ich doch. Ähm... 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 Äh... Ne. Ja, toll. Honig bringt mir ja nix. Ne, aber wie? Ja, das ist... Schön für dich. Naja, egal. Tatsächlich, ja. Ähm... Gut. Ich würd' fast sagen, wir können den Gebietsflug eigentlich aufbauen, oder? Wir dürfen halt alles... Ich hab politische Weise einen im Inventar. Hier waren wir doch schon. Du hast einen im Inventar. Ja, 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 ja. Gut. Dann... Schmeiß' mal hin. Irgendwie so, dass es sinnvoll ist. Gucken wir jetzt mal, was Benni hat sinnvoll erachtet. Bin gespannt. Habe ich das jetzt laut gesagt? Ich erachte es sinnvoll, den hier mal bitte zu beruhigen. Ich muss Intelligenzstufe 2 sein, damit ich Schlösserknacken weitermachen kann. Äh... Was ist denn Kack? Jetzt hat die Frage, ob das Sinn macht, weil ich ja vor Intelligenz gehe. Mit dem ganzen Baudingern und Sachen täuschen. Aber ich will Abarbeiter... der Knacker sein. Du bist sowas von Knacker. Ich bin Knackarsch, aber mir auch nicht. Was hast du dazu gesagt? Oh, hier ist ein Kamara. Ja. Ne? Bitte was für ein Ding? Oh, das ist ein Bewegungsmelder. Überwachungskamera. Ich hab übrigens Plus. Ja, die kannst du aber glaube ich nie verwenden. Ja, du kannst die glaube ich abbauen. Ja gut, okay. Warum kann man diese Tür jetzt nicht... Warum ist die auf und... Warum kann man sie nicht abspielen? Wo hast du die aufgemacht? Äh, das Rolltor habe ich hier aufgemacht an dem Knopf hier. Ja, das Rolltor. Das geht aber nicht mehr zu. Nicht? Oh. Ja, und wenn du es einfach verwendest, dann geht es... Das spielt ja keine Rolle. Aber wo hast du die Tür hier aufgemacht? Äh, die habe ich nicht aufgemacht. Die meinte ich gar nicht. Ich meinte das Rolltor. Habe ich aufgemacht. Da habe ich meine die Tür hier. Wie kannst du die hier aufgemacht? Äh, eben. Ja. Das sag ich doch. Die habe ich nicht aufgemacht. Die habe ich nicht aufgemacht. Die hier habe ich nicht aufgemacht. Weil die war vorhin zu. Die ist immer noch zu. Obwohl es offen ist. Setz einfach diesen scheiß Gebietsblock bitte. Ich hätte den Gen dort auf dem Ufo. Äh, auf dem Kleinen da beim Greenscreen oder was? Ne, auf dem da oben. Ober mir. Direkt über mich. Äh. Oh, lol. Das ist auch noch eins. Hä? Oh, komm mal kurz her. Oh, hier sind noch Nahrungsmittel. Cool. Den nehme ich vielleicht. Das auch, ja. Aber wenn du hier zwischen deinem Dach durchguckst. Schauffeur. Äh, warte kurz. Ich gucke sofort hoch. Lass mich kurz die Box verteilen. Ähm. Hahaha. Danke. Danke Benni. Oh, tschuldigung. Danke. Was hat denn das in deinem Rucksack? Hahaha. Also. Was. War das denn jetzt? Tschuldigung. Also. Ich. Die Dose wurde wenigstens jetzt nicht aufgebraucht. Das ist. Das ist. Was Positives. Aber. Das kann ich's ja nehmen. Ne. Ich hab's in meinem Elementar. Wahrnehmungsmod. Was ist das geiles? Alter. Das werde ich einfach umgehauen von ihm. Er denkt sich so. Er denkt sich so. Ja, aber hab's noch weggeguckt. Das hat noch nicht gereicht. Er denkt sich so. Er hat gemerkt, dass ich zuschlagen habe. Ich habe schneller als er noch fertig geguckt. Aber es hat nicht gereicht. Er denkt sich so. Fuck das schiller Mord, ey. Ich hab ja so ne Fliege, die geht mir so ein bisschen nach dem Sack. Ja, die wollte ich treffen. Das denke ich mir. Doch, definitiv. Das. Ne, dann weißt du, wenn er beim Dach zwischendurch guckt. Das ist wie im Inventar, ey. Deswegen hab ich gehauen. Ich verstehe. Lass dich jetzt mal kurz überlegen, wo du den scheiß Block hinpackst und ich mach mal eben das Fenster auf. Ich bin auf, wenn du das was bringen. so und hast du einen sinnvollen platz gefunden mich alles einigermaßen irgendwie mit drin habe ist das irgendwo hier sein wenn ich das haus und die garage mit drin haben will ich wollte gerade sagen ich mache schon mal ein lagerfeuer naja wird schwierig wenn man keinen platz mehr hat ist traurig ist jedes mal der gleiche shit lagerfeuer fertigen so schön ich mache das lagerfeuer erstmal hier draußen macht das schön im grün so hast du schon etwas wie einen kochtopf oder ähnliches wahrscheinlich nicht ich habe auch noch nicht so viel freigeschaltet das war laut wir brauchen einen kochtopf benny ja und wir brauchen kisten hobbitte kisten oder hast du da hast du nichts dafür sonst kann ich dir auch machen ja doch 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 ich lasse benny wieder die gute alte lager logistik hier aufbauen so die kisten meinst du tschuldigung welche denn sonst welche kisten hast du denn jetzt gedacht ich habe einen baublock irgendwie tschuldigung da würde ich baublock sagen nicht kisten und baublöcke würde ich dann wenn dann selber machen ok ich bin ja ok platziert auch selber ich habe ich habe ein volles inventar man ich doch auch er wird das hier draußen oder willst du drin beim ufo oder wir müssen jetzt nicht alles draußen deponieren ne ich würde schon drinnen machen ja mach wie du meinst ich folge dir blind das ist nie gut ja das ist noch nie eine gute idee das ist wohl wahr ich würde es ja mal interessieren wie wir diese tür wieder zu kriegen wahrscheinlich gar nicht und die wahrscheinlich mit dem rolltor gekoppelt nehme ich mal an ja und die kannst du ja dann hast du scheiß so ein one way ticket hier ist noch eine unberührte kühlbox wo verkohltes fleisch drin ist geil okay das beschissene ist ich wo rennst du hin das geht das haus selber krieg ich nicht ganz komplett mit rein tatsächlich aber das andere auch oder das rote ist im grünen bereich naja das rote ist im grünen bereich holt als also die halle die halle ist drin aber das ist das andere haus hier nicht ja so zur hälfte ok das geht hier beim der eingang ist ungefähr die grenze da ich sehe das ja nicht eben deswegen sage ich dir ja ja ich versuche es mal zu merken werde ich wahrscheinlich eh nicht das ist cool ja ne ich habe gerade irgendwie eine coole idee konnte man die dinger nicht auch irgendwie platzieren ah ja so war das hm welche dinge ja ich hatte irgendwie eine coole idee aber das funktioniert nicht so schade musst du ihm eine fackel in die hand geben ja ja ich fand es eine coole idee aber das spiel wahrscheinlich nicht so das spiel ist so wichtig ja mach mal nicht äh ansonsten packst du in die halle dann lass das andere die lagerkisten hm die lagerkisten oder was ja genau dann würde ich einfach alles hier in die halle packen wenn die ja komplett abgesichert ist und dann ähm dann ist das das wo wir als letztes hingeladen dann würde ich vielleicht das haus für den blutmund nehmen und dann äh würde ich hier dann ne für den blutmund würde ich tatsächlich da hinten das hochdings da hinten nehmen das hochdings nehmen ja 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 gut erfolge mir auf den terrailer ach meinst du den turm da ja ja klingt gut machen wir und jetzt bauen diese truhen auf ich will meine sachen los werden alter mach doch selber das sind meine truhen schließt sie ab ich schwörs also klar ich habe einen knüppel und ich weiß ihn zu benutzen äh ich habe einen motor und ich weiß ihn zu benutzen du lässt deinen fahren oder was ne schön machen wir das synchron ja ne ist genau nicht jeder ja hast du damals hast du vorhin keine schaufel von denen bekommen doch 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 warum ich glaube zumindest doch nur so gefragt meinst du wegen dem heu oder dem stroh ja ja das ist kaputt gegangen aber nicht meins das war der falsche ja schön guten alten aufbewahrungsboxen ich kann sogar einen gabelstapler nehmen guck mal an ist schön ja sehr sehr schön ja dann beschrifte mal aber die brauchen wir auch stimmt geil weil die brauchen wir keine dings mehr keine nägel mehr nur holz holz ja ist geil das ist ja schön hast du noch holz dabei per zufall ja war sicher ja das ist alles ich habe das ist alles ich habe ziemlich gut englisch ah herrlich ja es ist jetzt hier wieder im weg oh scheiß dick ja das ja ich mach mal mit ja zertrasch in den scheiß und da können wir uns mal überlegen was für Kisten wir brauchen wir brauchen hier was für Nahrung Nahrung, Waffen, Munition, Rohstoff ja nur nicht also ne einzelne anderen ne Vizianische Komponente wir können nicht für jedes Ding ne Kiste hauen ich glaub das hier drunter musst du auch ne das ist auch praktisch ich kann das nämlich hier genauso siehste? das war doch perfekt ja dann kannst du da drunter nix mehr ich weiß haha gut bitte nicht die Kiste jetzt musst du euch den richtigen Winkel treffen versteh ich dir im Weg war nicht so schlau die schon hinzustellen ne es geht, es geht, es geht tun wir ein bissel hinknien Harmonie aufs Knie genau Wunderbar ja gib du vor was wir als erstes brauchen also ich schließe mich hier einfach an diese Fackel ist auch sehr schön platziert ja ne oh oh ok warte mal ist auch ein sehr schwieriger Winkel hier bei der du kannst wie sonst hier bei dem bei dem Modul hier stimmt oder so das geht auch warte mal ja ne das geht nicht das ist ja so ein aber war das denn auch überhaupt mal shit so ein Fashion Ding oder so deswegen geht das bei dem ein Fashion Ding ich bin tostig nein ich bin auch hungrig aber ist egal ich bin auch vergiftet ähm 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 machen wir hier Waffenscheiß oh lol wenn du Tab lange drückst äh hast du noch mal alles ja das ist das Rad ja oh cool wusste ich gar nicht bitte doch interesting interesting so jetzt kommt hier das das so ja noch Waffen wir sind schon wieder bei 20 Minuten Benni oh das ist schön krass oder wie die Zeit rennt Moment dann machen wir jetzt eine richtig spannende Folge mit Inventar machen und Lager machen ist das nicht geil das können wir machen du kannst ein bisschen raus rumlaufen gehen und gucken was die Welt so zu bieten hat bevor wir runter gehen ja wir müssen eh mit looten und so anfangen ja naja noch können wir einigermaßen gut sortieren zum Glück wir schauen mal was wir machen ja ja in der nächsten Folge ich würde es auch sagen in diesem Sinne Benni du hast das Schlusswort äh auf der Rhein lieber nein tschüss genau tschüss 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 tschüss